Hi, schön, dass ihr wieder da seid, hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, habe ich mein Studio hier nach draußen verlegt. Das Wetter ist traumhaft schön. Und heute trage ich eine Strumpfhose in weiß mit einem grünen Kleidchen und dazu bunte High Heels. Bin schon auf euer Feedback gespannt. Aber kommen wir erstmal zu der Strumpfhose. Sie ist von der Firma Romatex mit einem eingearbeiteten Höschen, damit YouTube auch nicht schimpft. Na, was sagt ihr? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ihr wisst doch, ich freue mich drauf. Das war's für heute. Ich werde noch das schöne Herbstwetter genießen. Und ihr wisst ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, unten und oben sind jeweils Links für OF und BF. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und bis bald. Bis bald.